Mein Name ist Sarah Voss und ich bin Kunstturnerin der Deutschen Nationalmannschaft. Kunstturn ist eine ganz besondere Sportart für mich. Ich liebe die Kombination aus Kraft und Eleganz und ich liebe es, mich zu präsentieren und das, was ich im Training hart erarbeitet habe, auch im Wettkampf zu zeigen. Tatsächlich hat Turnen auch wirklich viel mit dem Kopf zu tun. Am Ende ist es wirklich entscheidend, in den eineinhalb Minuten voll fokussiert zu sein und auch das trainiere ich tagtäglich, um eben auch in dem perfekten Moment die perfekte Übung zu tun. Mein größter Traum ist es, bei den Olympischen Spielen mit dabei zu sein und dafür gebe ich tagtäglich alles. Es gab Momente, wo ich auf jeden Fall aufhören wollte, aber auch in der Phase habe ich mich durchgekämpft und meine Ziele stets vor Augen gehabt und weitergekämpft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017